Anna untersucht, wie viel CO2 bei der Energiegewinnung in Deutschland anfällt und vergleicht dies mit Messergebnissen der letzten fünf Jahre. Auf dieser Grundlage schätzt sie ab, wie sich der CO2-Ausstoß in den kommenden Jahrzehnten entwickeln könnte. Um dies zu veranschaulichen, haben Anna und ihr Team ein Ampelsystem entwickelt. Bei der Emission von Treibhausgasen sieht es bisher nicht so aus, als könnte das von der Politik und Wissenschaft angedachte Ziel im Jahr 2020 erreicht werden. Darum ist die Ampel rot. Eine weitere zu beachtende Regel ist der Schutz der menschlichen Gesundheit. Bestimmte Stoffe wie Feinstaub können diese beeinträchtigen und uns sogar krank machen. Das Feinstaubproblem ist vor allem durch den Stadtverkehr bekannt. Es spielt jedoch auch bei der Energiegewinnung eine Rolle. Feinstaub fällt zum Beispiel bei der Stromerzeugung aus Kohle an. Er wird aber auch durch Kamine von Häusern ausgestoßen. Vor allem in den kälteren Jahreszeiten, wenn wir Holzöfen nutzen. Feinstaub kann die Lunge schädigen und zu Atemwegserkrankungen führen. Bei der Emission von Feinstaub sieht die Entwicklung schon ziemlich gut aus. In diesem Fall erreichen wir vermutlich den Zielwert bis 2020. Das symbolisieren Anna und ihre Kolleginnen und Kollegen in ihrem Ampelsystem mit der Farbe Grün. Trotzdem gibt es in einigen stark belasteten Gegenden noch viel zu tun. Verantwortliche, etwa aus der Politik, haben sich verschiedene Ziele gesetzt, um die Energiewende voranzubringen. Mithilfe der Regeln, Indikatoren und dem Ampelsystem können sie die Fortschritte besser einschätzen und ihr Vorgehen anpassen. Noch sind viele der Ampeln rot. Es besteht also Handlungsbedarf, um ökologische und soziale Problemstellungen erfolgreich zu lösen. Auch Magnus findet das Ampelsystem gut verständlich. Er hat nun einen Überblick, wo wir bei der Energiewende stehen. Trotz des komplexen Themas versteht er die Zusammenhänge jetzt besser. Zudem sieht er nun weitere Möglichkeiten, seinen Alltag bewusster zu gestalten. Zum Beispiel will er mit seinen Mitbewohnern diskutieren, wie sie den Heizaufwand in der WG reduzieren können. Des Weiteren macht er sich Gedanken zu seinem Reiseverhalten und will überprüfen, ob der Strom seines Anbieters aus erneuerbaren Quellen stammt. Außerdem kann Magnus einschätzen, wo es sich lohnt, beim lokalen Abgeordneten, seinem Energieversorger oder bei Expertinnen und Experten einmal genauer nachzuhaken. Anna untersucht, wie viel CO2 bei der Energiegewinnung in Deutschland anfällt und vergleicht dies mit Messergebnissen der letzten fünf Jahre. Auf dieser Grundlage schätzt sie ab, wie sich der CO2-Ausstoß in den kommenden Jahrzehnten entwickeln könnte. Um dies zu veranschaulichen, haben Anna und ihr Team ein Ampelsystem entwickelt. Bei der Emission von Treibhausgasen sieht es bisher nicht so aus, als könnte das von der Politik und Wissenschaft angedachte Ziel im Jahr 2020 erreicht werden. Darum ist die Ampel rot. Eine weitere zu beachtende Regel ist der Schutz der menschlichen Gesundheit. Bestimmte Stoffe wie Feinstaub können diese beeinträchtigen und uns sogar krank machen. Das Feinstaubproblem ist vor allem durch den Stadtverkehr bekannt. Es spielt jedoch auch bei der Energiegewinnung eine Rolle. Feinstaub fällt zum Beispiel bei der Stromerzeugung aus Kohle an. Er wird aber auch durch Kamine von Häusern ausgestoßen. Vor allem in den kälteren Jahreszeiten, wenn wir Holzöfen nutzen. Feinstaub kann die Lunge schädigen und zu Atemwegserkrankungen führen. Bei der Emission von Feinstaub sieht die Entwicklung schon ziemlich gut aus. In diesem Fall erreichen wir vermutlich den Zielwert bis 2020. Das symbolisieren Anna und ihre Kolleginnen und Kollegen in ihrem Ampelsystem mit der Farbe Grün. Trotzdem gibt es in einigen stark belasteten Gegenden noch viel zu tun. Verantwortliche, etwa aus der Politik, haben sich verschiedene Ziele gesetzt, um die Energiewende voranzubringen. Mithilfe der Regeln, Indikatoren und dem Ampelsystem können sie die Fortschritte besser einschätzen und ihr Vorgehen anpassen. Noch sind viele der Ampeln rot. Es besteht also Handlungsbedarf, um ökologische und soziale Problemstellungen erfolgreich zu lösen. Auch Magnus findet das Ampelsystem gut verständlich. Er hat nun einen Überblick, wo wir bei der Energiewende stehen. Trotz des komplexen Themas versteht er die Zusammenhänge jetzt besser. Zudem sieht er nun weitere Möglichkeiten, seinen Alltag bewusster zu gestalten. Zum Beispiel will er mit seinen Mitbewohnern diskutieren, wie sie den Heizaufwand in der WG reduzieren können. Des Weiteren macht er sich Gedanken zu seinem Reiseverhalten und will überprüfen, ob der Strom seines Anbieters aus erneuerbaren Quellen stammt. Außerdem kann Magnus einschätzen, wo es sich lohnt, beim lokalen Abgeordneten, seinem Energieversorger oder bei Expertinnen und Experten einmal genauer nachzuhaken. Anna untersucht, wie viel CO2 bei der Energiegewinnung in Deutschland anfällt und vergleicht dies mit Messergebnissen der letzten fünf Jahre. Auf dieser Grundlage schätzt sie ab, wie sich der CO2-Ausstoß in den kommenden Jahrzehnten entwickeln könnte. Um dies zu veranschaulichen, haben Anna und ihr Team ein Ampelsystem entwickelt. Bei der Emission von Treibhausgasen sieht es bisher nicht so aus, als könnte das von der Politik und Wissenschaft angedachte Ziel im Jahr 2020 erreicht werden. Darum ist die Ampel rot. Eine weitere zu beachtende Regel ist der Schutz der menschlichen Gesundheit. Bestimmte Stoffe wie Feinstaub können diese beeinträchtigen und uns sogar krank machen. Das Feinstaubproblem ist vor allem durch den Stadtverkehr bekannt. Es spielt jedoch auch bei der Energiegewinnung eine Rolle. Feinstaub fällt zum Beispiel bei der Stromerzeugung aus Kohle an. Er wird aber auch durch Kamine von Häusern ausgestoßen. Vor allem in den kälteren Jahreszeiten, wenn wir Holzöfen nutzen. Feinstaub kann die Lunge schädigen und zu Atemwegserkrankungen führen. Bei der Emission von Feinstaub sieht die Entwicklung schon ziemlich gut aus. In diesem Fall erreichen wir vermutlich den Zielwert bis 2020. Das symbolisieren Anna und ihre Kolleginnen und Kollegen in ihrem Ampelsystem mit der Farbe Grün. Trotzdem gibt es in einigen stark belasteten Gegenden noch viel zu tun. Verantwortliche, etwa aus der Politik, haben sich verschiedene Ziele gesetzt, um die Energiewende voranzubringen. Mithilfe der Regeln, Indikatoren und dem Ampelsystem können sie die Fortschritte besser einschätzen und ihr Vorgehen anpassen. Noch sind viele der Ampeln rot. Es besteht also Handlungsbedarf, um ökologische und soziale Problemstellungen erfolgreich zu lösen. Auch Magnus findet das Ampelsystem gut verständlich. Er hat nun einen Überblick, wo wir bei der Energiewende stehen. Trotz des komplexen Themas versteht er die Zusammenhänge jetzt besser. Zudem sieht er nun weitere Möglichkeiten, seinen Alltag bewusster zu gestalten. Zum Beispiel will er mit seinen Mitbewohnern diskutieren, wie sie den Heizaufwand in der WG reduzieren können. Des Weiteren macht er sich Gedanken zu seinem Reiseverhalten und will überprüfen, ob der Strom seines Anbieters aus erneuerbaren Quellen stammt. Außerdem kann Magnus einschätzen, wo es sich lohnt, beim lokalen Abgeordneten, seinem Energieversorger oder bei Expertinnen und Experten einmal genauer nachzuhaken.